Der Film hat schon was bewirkt. Dadurch, dass er im Bayerischen Landtag gezeigt wurde, hat Ulrich Chossy zugesichert bekommen von Mitgliedern der bayerischen Regierung, dass es Akteneinsicht zu vorher nicht einsehbaren Akten geben wird. Das heißt, der Fall kommt erneut ins Rollen. Und Akten sind ja damals teilweise geschreddert worden, verschwunden, Asservate waren nicht mehr auffindbar und das ist die große Hoffnung primär von Ulrich, aber natürlich von uns allen, dass dieser Film wirklich, wirklich was bewegen kann weiterhin. Und da werden die nächsten Wochen sehr, sehr spannend sein.